Oh shit Leute, seht ihr das? Das ist ein dunkles Gewitter. Leute, wir starten den Vlog heute mal im Auto. Wir sind mal wieder auf dem Weg zum See. Die ganze Gang ist mit dabei. Denn, meine Freunde, wir haben was aus China bestellt. Und zwar ein Wassertrampolin. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Und Lea ist auch mit dabei. Los geht's. Das wird's machen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Hier kommt eine fucking 4 Meter Trampolin an. Was? Da aber keiner. Ich würde sagen, blasen wir das Ding mal auf. Ja, das ist sehr, sehr gut. Isabelle macht wieder besonders viel heute. Was hat Isabelle in der Hand? Ich habe an mir nichts. Mal schauen, wie groß das Teil ist. Alter, wie geil! Okay, geil. Nur Luft rein. Wir hatten also jetzt dieses riesige 30 Meter Trampolin bei uns am See. Das Problem war jetzt nur noch die Luft. Und leider sind beide unsere Pumpen komischerweise irgendwie kaputt gegangen. Deswegen mussten wir nochmal schön mit dem Tesla zum Obi, der ja nur eine Stunde entfernt war. Nice. Aber dann mit neuer Pumpe hat das dann endlich geklappt. Wer als erstes findet, wo die Luft rein muss, kriegt 100 Euro. Los geht's! I found it! Nein! Scheiße! Nein, das ist es wirklich! Scheiße! Leute, es ist sehr viel Zeit vergangen. Das war für euch gerade eine Sekunde. Aber ihr müsst gerade zum Baumarkt fahren und eine neue Pumpe kaufen, weil unser war im Arsch. Aber jetzt geht die Luft rein. Seid ihr heimt? Nochmal! Seid ihr heimt? Wir sind absolut dumm, wir haben jetzt den Einkaufswagen gefunden. Wir wollen jetzt irgendwie die Wartezeit überbrücken, deswegen rollen wir jetzt den Einkaufswagen den Berg darunter. Okay. Fühlt wie Wissenschaft, Digga! Das ist so dumm, Digga! Drei, eins, los! Haha, ist das dumm, Digga! Mit Abstand das Unnötigste, was wir jemals gemacht haben. Das war mit Abstand das Unnötigste, Digga! Ich glaube, wir sind verdächtig. Wir versuchen nur, das Ding aufzumachen, ohne dass die ganze Luft rausgeht. Ich hoffe, das klappt jetzt, Alter! Nein! Okay, erreicht! Drei, zwei, eins! First try, Digga! Dieser Bell, Digga! Los, Digga! Okay, der erste Test! Digga, es geht an! Wie geil! Okay, Digga, das erste Mal ins Wasser jetzt! Oh mein Gott, wir locken Leute an, Digga! Ey! Könnt ihr uns helfen? Ja! Wollt ihr selbst? Okay! Dann schiebt uns an! Ehrenmänner! Ehre! Los, weiter! Ja! Okay, Leute, ich würd sagen, die Mission ist jetzt wirklich mal mitten auf den See zu fahren mit dem Ding. Oh nein! Ich hab' ja auch da! Alter, wir sind da! Ja! Okay, Leute, wir sind mitten auf dem Wasser! Oh nein! Unser Pannen ist zerbrochen! Scheiße! Wie wollen wir jemals zurück nach Hause kommen? Okay, Isabel, du bist ja die Krasseste von uns! Mach mal was cooles! Okay, ich spring! Ja, spring mal! Lol! Ja, geil! Oh mein Gott! Go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Welch eine Peinlichkeit! Okay, Leute, was bist du dann? Awesome! Ich glaube, ich habe eine sehr dumme Idee. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, da geht's! Was? 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 Ich bin im Drangkolin! Wie geil! Nein, ich kann das nicht sehen. Warte, jetzt! Hä? Hä, nein! Warte, warte! Ja, man hat's gesehen! Wie geil! Ich komme wieder! Okay! Ah! Okay, Isabel, wir machen jetzt eine Rückwärts-Zeitung! Okay! Warte! Ach, sind wir bereit? Warte, noch nicht! Jetzt! Okay, drei, zwei, eins! Oh mein Gott! Oh! Was? Oha, noch mal! Warte, noch mal! Jo! Und jetzt von der Kante! Okay! Bereit? Jo! Drei, zwei, zwei, eins! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin mit einer 3.000 Euro Kamera im Wasser! Oh shit, Leute! Seht ihr das? Das ist ein dunkles Gewitter! Hallo! Füße! Oh shit! Oh shit! Tschüss! Tschüss, Alte! I'm coming! Nee, nee, du kommst nie wieder! Nein! Da haben wir doch Witz drüber gemacht, aber dann auf einmal kam dieses Gewitter schneller als wir dachten und wir wurden vor dem Wind so krass weggetrieben! Versuch, komm! Versuch uns zu erreichen! Nein! Alter, wir treiben immer weiter weg! Es treibt uns so Heftig, ich merke, wie heute hier wechseln! Fuck! We are coming right now! Aber mit meiner extrem männlichen Kraft habe ich es dann geschafft, dieser Wind abzuholen. Boah, der Wind ist echt extrem. Jetzt werde ich wieder da festgeschoben. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Runde Rodeo. Wer steht, bleibt gewinnt, okay? Okay, 3, 2, 1! So doll wird, dann hat er keinen Hut auf den Kopf. Wir haben gleich keinen Hut auf den Kopf. Einmal aus! Wir fallen! Einmal aus dem Spiel! 3, 2, 1! Hier ist jetzt ein bisschen feiert ohne. Hier kommt nicht mehr drauf. Ja, und da ich vorhin bei der Strömung ja alle gerettet habe, habe ich gesagt, dass die Beide mich jetzt auch zurückziehen können. Von zwei Leuten gezogen, nice! Perfektes Leben. Ja, wir haben es geschafft! Alter, das war eine wilde Tour. Junge, wir sind so weit weg getrieben, ne? Hast du gesehen, wie weit weg wir waren? War richtig heftig. Hat richtig viel Spaß gemacht, als ich auch drauf war. Ha, ha, ha! Das hat heute den meisten Spaß von allen gehabt. Seht euch diese Enten an, so fühle ich mich auch immer. Ha, ha, ha! Doch da sollte das Abenteuer noch nicht vorbei sein. Ich habe noch einen kleinen Prank geplant. Und zwar waren die alle wieder angezogen. Das heißt, ins Wasser springen konnten sie nicht mehr. Und dann meine ich halt, Leute, lasst uns doch noch einmal versuchen, alles zu dritt auf dieses Trampolin zu springen. Nur, um sie dann alleine mal aus Wasser zu schicken. Wir schwimmen doch mal weg dann damit. Wir müssen schwimmen zu Hause! Lea, es kommt! Okay, drei, zwei, eins! Oh mein Gott! Weiter, weiter! Ah! Komm, wir noch wieder rein! Lea hat sich dann noch schnell gerettet, leider. Ah, Isabel, du bist Strandin! Aber Isabel war gefangen! Aber Isabel war gefangen! Ich muss uns wieder reinholen! Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Wie gesagt, wer das nicht geschafft? Ich hatte eine kleine Unterstützung. Ja, ich hab's gesehen. Okay, tschüss. Hör auf. Tschüss, viel Spaß noch, ne? Wir sehen uns dann, ne? Ja, danke schön. Jetzt mussten wir das Teil nur noch wieder ins Auto bekommen. Und dabei kam es dann auch noch mal wieder. Eine sehr, sehr, sehr dumme Idee. Eins, zwei, drei. Digga, läuft. Ey, fühlst du dich auch, dass du nicht gerade ein bisschen aus wie ein Wrestle-Ring, Digga? Kommt raus, Junge. Let's go. Ich bin gar nicht hier bei. Digga, das ist ja scheiße, komm. Ah, du bist doch so ein Idioten, Alter. Das ist auf meinem Stein, Digga. Oh, nein. Was? Das ist vor allem. Das ist vor allem. Das ist vor allem. Nein, der wird nicht angelassen. Nein, der wird nicht angelassen. Feck mal! Feck mal, Feck mal! Feck mal, Feck mal, Feck mal! Feck mal, Feck mal, Feck mal! Feck mal, Feck mal, Feck mal, Feck mal! Feck mal, Feck mal! Meinten! Leute, das sieht niemals so nach der Kamera aus, aber das ist so niedrig. WTF, Alter? Im letzten Video in einem Helikopter... Isten Scheiß... In jedem Video von uns kommt immer ein Helikopter oder so. Johannes! Oh nein, er hat nichts mehr. Johannes! Yes! Ja, okay. Ich wusste gar nicht, dass ich so laut reden kann. Drei, ich dreh euch jetzt. Hört ihr an das Lachen? Hat dir beide gefallen? Ja. Ich lach jetzt aber. Zwei, eins. Ah! Nein! Wir fallen immer lang. Ja. Ja. Ja.